Die Sache ist die, in zwei Tagen werden Männer kommen. Sie wollen alles zerstören. Mein Haus, mein Garten, meine Welt und eure Welt. Gut. Mach mal noch eine, wo du ein bisschen engagierter nach hinten bleibst. Und meine Welt. Und eure Welt. Entschuldige. Mein Haus, mein Garten, meine Welt und eure Welt. Okay. Bisschen mehr Nachdruck. Mhm. Sonst wunderbar. Die Sache ist die, in zwei Tagen werden Männer kommen. Sie wollen alles zerstören. Mein Haus, mein Garten, meine Welt und eure Welt. Die Sache ist die, in zwei Tagen werden Männer kommen. Sie wollen alles zerstören. Mein Haus, mein Garten, meine Welt und eure Welt. Man kann diese Männer nur aufhalten, wenn man sie bezahlt. Eine ganz hübsche nehmen wir doch. Mhm. Jetzt hattest du so einen ganz eigenwilligen Bogen beim Bezahlen. Ja, ja. Man kann diese Männer nur aufhalten, wenn man sie bezahlt. Versteh doch. Das ist ja dieses Gedachte. Versteh doch hinten dran. Mhm. Das ist super. Kommt wieder. Ja. Deshalb ist mein Großvater vor drei Jahren zu euch gekommen. Er hat nach einem Schatz gesucht. Und nun bin ich gekommen, um seine Mission zu verenden. Deshalb ist mein Großvater vor drei Jahren zu euch gekommen. Er hat nach einem Schatz gesucht. Und nun bin ich gekommen, um seine Mission zu verenden. Die Sache ist die, in zwei Tagen werden Männer kommen. Sie wollen alles zerstören. Mein Haus, mein Garten, meine Welt und eure Welt. Okay, läuft's? Man kann diese Männer nur aufhalten, wenn man sie bezahlt. Hoffentlich gibt's hier keine Radarfeilen, sonst sind wir dran. Hoffentlich gibt's hier keine Radarfeilen, sonst sind wir dran. Hoffentlich gibt's hier keine Radarfeilen, sonst sind wir dran. Was war's? Das war's schon. Vorne so. Okay. Wange gegen Scheibe. Gleich auch am Anfang, nicht? Ich will nur einmal sehen. Na klar. Hoffentlich gibt's hier keine Radarfeilen, sonst sind wir dran. Okay. Okay. Das war gut, oder? Dix, sich, sich. Super.